Zwei Minuten. Länger kann ich nur. Fünf. Drei. Heute keine Tür dabei? Nee, damit bin ich durch. Du magst doch Gedichte, oder? Mhm. Gut, ich... hab mir nämlich ein paar Gedanken gemacht. Wirfst du mir Worte hin, klein wie ein Diamant, finde ich Sinn darin, groß wie ein Elefant. Ich helf dir in die Höhe, auf jeden Baum herauf. Wir trotzen jeder Böe. Spring nur, ich fang dich auf. So furchtbar? Das war unglaublich schön. Heinrich, das... Das... das war... Wir sind schon 30 Sekunden rüber. Können gar nicht sein. Weißt du was? So was Schönes hab ich noch nie in meinem ganzen Leben von einem Mann bekommen. So... Onbring! Boom! Itfood!